Grüß euch, da gibt es wieder einen Live-Bericht. Wir haben heute den letzten Trainingstag und da können wir noch fleißig üben, bevor die Prüfung ist, die letzten Möglichkeiten, verschiedene Manöver nochmal durchspielen und durchtrainieren. Wir befinden uns hier wieder im Sredni-Kanal. Und wir können sehen, den Rücken im Hintergrund der Insel Schutt. Die Insel Pashma, Starkfeuer Kaljulica, kann man da auch sehen, ungefähr. Ja, was wir hier im Moment gerade trainieren, ist die Riffung und die Seifen. Und da ist jetzt gerade der Martin am Kommando, der da so oft ausrefft. Jetzt wird zuerst das Große ausgereift. Ja, das Große ist hier schon. Ja, das Unterlieg durchsetzen, kann man da hinten sehen. Ja, als nächstes kommt dann das Vorsegel dran, die gehen war. Da kann man sehen, ist sie im Moment ein bisschen eingereift, sagen wir gar nicht. Also leicht eingereift, wir haben heute nicht viel gewinnt. Darum tun wir immer noch ein ganz bisschen zu pressen, damit wir nicht ganz stehen bleiben. Ja, ja. Die Gino ausgerollt. Ja, wunderbar. Hallo Burschen. Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Livebericht gibt. Ja, danke.